Jonathan, heute in Billfingen ging es ja eigentlich um die Meisterschaft. Billfingen ist jetzt Meister, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Was habt ihr in diesem Spiel vorgehabt und wie konntet ihr das umsetzen? Ich meine, es war perfektes Fußballwetter, viele Zuschauer waren da und für uns ging es eigentlich um nichts mehr. Das heißt, wir konnten befreit aufspielen, wir wollten einfach Spaß am Spiel haben und auch den Leuten, die gekommen sind, zeigen, was wir drauf haben. Und im Endeffekt muss man sagen, Billfingen hat verdient gewonnen und da kann ich an der Stelle jetzt nur gratulieren. Sie haben über die Runde hinweg einen guten Fußball gespielt, haben glaube ich nur zwei Spiele verloren und da können wir uns an unserer Stelle jetzt heute nur gratulieren, obwohl wir natürlich heute gewinnen wollten. Habt ihr heute alles gegeben? Ich meine, wenn ihr nicht alles gegeben hättet, könnte er im Mutschelbach irgendwie von Wettbewerbsverzerrungen reden. Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, kann uns niemand nachsagen, dass wir das Spiel mit Absicht verloren haben. Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft. Unter den Temperaturen war das nicht einfach, aber wir wollten nicht hierher fahren, um zu verlieren. Das ist nicht unser Anspruch, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, nach dem Spiel kann es niemand nachsagen, dass wir mit Absicht verloren hätten oder dergleichen. Okay, aber so wie ich mich bei den Zuschauern umgehört habe, wurde witzigerweise oft gesagt, dass man irgendwie Mutschelbach nicht unbedingt helfen wollte. Ich bin Urlang Steinbacher, von daher gibt es natürlich schon einen gewissen Konkurrenzkampf. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächste Saison nochmal die Chance hätten, gegen Mutschelbach zu spielen und wie mit unserem letzten Heimschiesse wieder wegzuhauen. Von daher hoffe ich mal, dass wir nächstes Jahr nochmal gegen Mutschelbach spielen. Da wollen wir dann auch wieder alles geben. Auf euch wartet jetzt noch ein Spiel CFR 2. Was war das für ein Spiel? Was meinst du? Das ist der Saisonabschluss vor heimischem Publikum und wir wollen uns souverän aus der Runde verabschieden. In der Hinrunde hatten wir leider eine Phase, wo wir zu uneffektiv waren und viele Spiele abgegeben haben. Aber ich denke, in der Rückrunde haben wir gezeigt, dass wir aus der Phase gelernt haben und ein großer Pluspunkt, muss ich sagen, ist auch echt der Mannschaftszusammenhalt. Das hat sich echt richtig entwickelt und da wollen wir einfach einen guten Abschluss hinlegen, dass wir dann am nächsten Donnerstag mit den Fans zusammen noch ein schönes Abschlussfest haben können. Und dass wir mit positiver Energie in die nächste Saison gehen können mit der guten Serie im Rücken, die wir jetzt in der Rückrunde hingelegt haben. Kannst du jetzt schon mal vorab ein Fazit der Saison ziehen für dich und für die Mannschaft? Ja, wie gerade eben schon angedeutet, in der Hinrunde haben wir leider eine Phase gehabt, wo wir zu viele Spiele abgegeben haben und nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir eigentlich können. Ich denke, in der Rückrunde haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind und das wollen wir auch in der nächsten Runde die ganze Zeit unter Beweis stellen, dass wir das Potenzial haben, ganz vorne mitzuspielen. Und wir als Mannschaft werden größtenteils zusammenbleiben und da freue ich mich auf die nächste Runde. Jonathan, ich danke dir vielmals für das Interview. Ja, vielen Dank. Danke. 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 Danke.